Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Trauzeugen und hallo Schlogger. Hallo. Schlogger, pass auf. Ich möchte dir was vorstellen. Pass auf. Ich habe ja Trauzeugen gesehen und du auch. Und ich muss sagen, ein bisschen hat mich der Film an uns erinnert. Jetzt nicht wegen der romantischen Komponente, die bei uns nicht vorhanden ist, sondern mehr weil, weißt du, diese Gegensätze ziehen sich an. Weil ich bin ja mehr so der Pessimist, du bist mehr so die Optimistin und trotzdem machen wir echt viele Besprechungen. Also könnten wir auch gleich eine Hochzeit innerhalb von zehn Tagen organisieren. Möchtest du mir das gerade vorschlagen? Ganz genau. Wir brauchen jetzt nur noch ein Pärchen, was sich in den nächsten zehn Tagen trauen möchte. Und ich würde sagen, wir beide machen dann die Hochzeit. Okay, klingt gut. Ich bin dabei. Möchten wir noch was besprechen heute? Nö, oder? Das war's dann. Nee, also ich wollte auch kurz den Aufruf starten. Wenn ihr da draußen in den nächsten zehn Tagen heiraten wollt, dann meldet euch beim Pädestammtisch. Die Schlogger und ich, wir machen das schon. Und jetzt, glaube ich, können wir mal den Film besprechen, den wir gesehen haben. Nämlich Trauzeugen. Den, ja, würde ich verorten unter romantische Komödie, oder? Ja, deutsche romantische Komödie. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Schlogger, kannst du uns kurz erklären, worum geht's in dem Film? Wir haben's ja schon ganz leicht angeteasert. Es geht vielleicht um die Organisation einer Hochzeit innerhalb von zehn Tagen. Und zwar haben wir den Protagonisten Jakob, ein sehr gestresster, oder er wirkt nicht gestresst, er hat auf jeden Fall viel zu tun, erfolgreicher Scheidungsanwalt, dessen bester Freund in den nächsten zehn Tagen heiraten möchte. Und aufgrund einer Verkettung unglücklicher Ereignisse wird er dazu verdonnert, mithilfe von Marie, der Trauzeugin, denn er ist der Trauzeuge, diese Hochzeit zu organisieren. Was wird dabei nur geschehen? Werden sich diese beiden Figuren, Jakob und Marie, näher kommen? Wer weiß es, keiner kann es ahnen. Das wird uns dieser Film zeigen. Wenn du im Lexikon unter Vorhersehbar nachschaust, dann wirst du Trauzeugen finden. Der Film fängt an und du weißt nach drei Minuten schon, was passiert. Ich finde das per se nicht schlimm. Oder ging es dir da anders? Nee, also vor allem bei romantischen Komödie, Sie sind doch eigentlich fast immer, also du weißt ja schon, bevor der Film anfängt, eigentlich schon was passieren wird. Ich finde diesen Film nicht gut. Jetzt ist raus. Ich finde ihn aber halt nicht deswegen misslungen, weil er vorhersehbar ist, weil ich das irgendwie in der Art und Weise schon dutzende Male in den letzten 10, 20 Jahren gesehen habe. Ich finde ihn misslungen, weil ich ihn halt wirklich nicht gut inszeniert finde. Es gibt in diesem Film diverse Szenen, wo ich da saß im Kino und dachte, daraus hätte man jetzt echt was Lustiges machen können. Aber es wurde einfach so langweilig inszeniert, dass mir ja die Augäpfel eingeschlafen sind, um so auszudrücken. Also als konkretes Beispiel, es gibt relativ zu Beginn dieses Films eine Szene, in der der Scheidungsanwalt Jakob in einem Schloss einer Taube hinterherjagt. Während die andere Trauzeugin, die Marie, draußen steht mit der Organisatorin und redet. Und das ist so elendig zerschnitten, dass diese ganze Jagd nach der Taube einfach nur, zumindest aus meiner Perspektive, strunzenlangweilig geraten ist. Und ich glaube, dass du diese Szene mit ein bisschen mehr Esprit, mit ein bisschen mehr, ich sag mal, Schnittkunst wirklich sehr witzig hättest gestalten können. Tun sie aber nicht. Und das zieht sich für mich durch den ganzen Film, dass sie wirklich Momente haben, wo ich glaube, daraus hättest du echt was sehr Witziges machen können, aber sie sind inszenierungstechnisch einfach nicht gut umgesetzt. Okay, das finde ich interessant. Du sprichst ja gerade die handwerkliche Inszenierung an. Da kann ich nämlich gleich aufsteigen auf die inhaltliche Inszenierung. Und zwar, der Film spielt in Frankfurt am Main. Und es passiert halt was, weswegen sie eventuell eine andere Location sich aussuchen müssen. und die Location ist dann an einem Ort, der sehr viel weiter weg von Frankfurt entfernt ist, und zwar sechs Stunden lang. Und das ist für den Film etwas, was ihn bezeichnet hat, dass die, ich weiß jetzt nicht, wie man es auf Deutsch sagt, man würde auf Englisch sagen, die Stakes sind too high. Also da werden extreme Probleme aufgebaut in diesem Film, aber wirklich im Extrem, dass nämlich plötzlich die Hochzeitslocation sechs Stunden vom Original entfernt ist. Man merkt dem Film aber nicht an, dass sie die ganze Zeit sechs Stunden fahren müssen. Im Gegenteil, es wird eigentlich, als wären diese sechs Stunden gar nicht da. Und da stört mich extrem, warum man es dann überhaupt erst so schlimm machen muss. Oder auch die Probleme, dass er in zehn Tagen eine Hochzeit organisieren muss, beziehungsweise auszuhelfen, aber in elf Tagen den krassesten, unheimlich chaotischsten Fall seines Lebens übernehmen möchte. Was aber auch irrelevant ist, weil gar nicht gezeigt wird, wie chaotisch und organisationsaufwendig dieser Fall dann ist. Und dann stört es mich extrem, so große Probleme und Hürden darzustellen, die eigentlich überhaupt kein Problem sind, nur um so eine künstliche Spannung aufzubauen. Das ist mir bei da inhaltlich extrem aufgefallen. Ja, das ist der zweite Punkt, der mich wirklich auch gestört hat. Gerade halt dieser große Fall für diesen Jakob, der am, zu Beginn wird dieser Fall implementiert und wird gesagt, das ist unglaublich wichtig und es wird gemacht, um eine, wie du schon sagtest, eine Art Spannung zu erzeugen. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte das Gefühl, im kompletten zweiten Akt ist dieser Fall nicht mehr existent und tauchte in den letzten 15 Minuten wieder auf und macht den Motto, oh, wir haben ja noch da was Wichtiges. Und solche Sachen hat der Film echt viel. Auch halt eben dieser Location-Wechsel, dass sie jetzt hier hochzeitlich in Frankfurt am Main, sondern in der Nähe von Frankfurt an der Oder machen. Oder es gibt so viele Kleinigkeiten. Es gibt viele Filme, die das machen. Aber ich finde zum Beispiel, man hätte ja gar nicht sagen müssen, dass sie jetzt in Frankfurt oder. Nee, es hätte im Umland eine halbe Stunde entfernt sein müssen. Es war doch schon genug Problem da mit dem ganzen Location-Wechsel oder der Location überhaupt. Und was mir auch noch einfällt überhaupt, dass die Hochzeit in zehn Tagen organisiert werden muss. Das sagst du, aber dann zeigst du, wie die Zeit vergeht und es ist plötzlich einen Tag vorher und trotzdem ist gefühlt noch einmal Tag und einmal Nacht und noch mal Tag und einmal Nacht. Also du kannst doch nicht so ein Problem und so eine zeitliche Komponente reinbringen, die dann aber entweder irrelevant ist oder dann gar nicht richtig logisch dargestellt wird. Also es war einfach unnötig. Das hätten sie nicht machen müssen. Das stimmt, das stimmt. Sie verbauen sich da wirklich einiges. Also für mich ist das größte Problem des Films halt der, ich nenne es mal viel, eine Inszenierungswille, aber auch so inhaltlich. Also von der Geschichte ist es halt einfach, wo da so ein paar Sachen drin sind, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel, wie lustlos und vor allem, wie bräsig reingebracht wird, dass der eine Ehepartner, dieser, also der Jakob, ist ja der beste Freund von dem Ehemann, also zukünftigen Ehemann und der Ehemann bricht sich halt das Bein in der Kletterhalle. Und ich habe mich gefragt, warum? Also, damit diese Figur nicht mithelfen kann oder so? Nee, deswegen muss Jakob überhaupt doch die Hochzeit mithelfen, weil das er nicht mehr übernehmen kann. Tom. Ja, aber das, weißt du, das war so öde, auch inszeniert. Da sitzt sie in der Kletterhalle und der Film will dir weiß machen, die sind jetzt gerade irgendwie 40 Meter über dem Boden, ungesichert by the way. Die bouldern, die klettern nicht. Aber sie bouldern an der Kletterwand. Stimmt, das war irgendwie auch quatschig. Ja, ich habe davon keine Ahnung, aber das war, der Film ist halt so voll mit so Szenen, wo ich mich immer gefragt habe, warum macht ihr das eigentlich gerade? Das ist doch gar nicht notwendig. Und eine Frage hätte ich, liebe Schlöcker, denn du hattest ja schon mal das Glück, eine Schwangerschaft zu durchleben. Ja. Ich fand den Bauch dieser Braut, also, war das nicht ein bisschen zu viel, dieser Bauch? Sie stand ja wirklich kurz vor der Entbindung, aber dieser Bauch war ja gigantisch. Was hat sie da drin? Ein Kasten, Bier und ein Baby? Das Baby muss sich die Wartezeit vertreiben. Ja, das stimmt schon. Wie groß ein Schwangerschaftsbauch wird, kann tatsächlich stark variieren. Es soll ja auch Schwangerschaften geben, wo die Frauen gar nichts gesehen haben am Bauch. Ich weiß jetzt nicht, wie schlank die Frauen vorher waren. So Bauchdecken, Bauchhüllen-Schwangerschaften gibt es auch und dementsprechend müsste es ja auch Schwangerschaften geben, wo der Bauch richtig so rund war. Bei mir war er nicht so platzig, aber sah trotzdem auch wassermelonenhaft aus. Beziehungsweise bei ihr war es ja eine Monster-Wassermelone. Was mich daran stört ist, wenn man so schwanger ist und dann heiratet, dann rechnet man damit, dass das auch von einer Geburt durchkreuzt wird. Vor allem an alle, die noch nie eine Geburt durchdenken haben müssen. Der Geburtstermin, der ausgerechnet wird, also diese neun beziehungsweise zehn Monate nach, wo das Baby kommen soll, das Kind kann auch schon mal sechs Wochen vorher kommen oder zwei Wochen nachher und dann heiratest, machst du doch eigentlich keine Hochzeit um die Geburt rum. Beziehungsweise du kannst es machen, aber dann kann es eben nicht als großes Problem inszeniert werden, wenn dann tatsächlich das Baby auf der Hochzeit kommt. Ja, vor allem ganz ehrlich, diesen Brautpaar wird dir nahegelegt, Leute, verschiebt doch einfach. Ich meine, der Mann hat jetzt diesen Unfall gehabt und hat irgendwie, das ist auch lustig, er hat jetzt Schrauben im Bein und zwei Tage später läufst du dann aber wieder mit der Schiene da irgendwie rum, als wäre nichts gewesen. Ja, darf man mit so einer Schiene laufen? Nee, das geht doch auch nicht. Ich bin kein Mediziner, aber ich finde halt, wenn der Film einem so suggeriert, das ist ein ganz schlimmer Unfall, dann muss er es auch irgendwie einhalten und nicht einfach drei Szenen später dann den Typen rumlaufen lassen, als hätte er sich irgendwie gerade mal, was ich was, als ob er nur eine Prennung hätte, weißt du? Das ist halt auch ein bisschen seltsam. Ich hätte auch noch eine Kritik und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie Instagram-Influencer, was weiß ich, affin du bist. Auf jeden Fall gab es im Hintergrund, sind mir mindestens zwei sehr bekannte Influencer aufgefallen, die aber, das wirkte, als hätten die viel mehr Raum gehabt, was dann aber weggeschnitten wurde. Weil das ist so, wie wenn du in einem Film einen berühmten Schauspieler siehst und denkst, ah ja, der wird noch wichtig, wurde aber nicht. Die haben in dem Krankenwagen zum Beispiel, der Sanitäter, der ihn behandelt, das ist Aurel Merz, den kennt man. Den kennt ich, ja, ja. Genau, der hat eine eigene Show, wird aber da nur drei Sekunden gezeigt, hat nicht mal eine Sprechrolle, glaube ich. Und als die in dem Baumarkt sind, sieht man im Hintergrund Stefano Zarello, Zarella, das ist der Bruder von Giovanni Zarella und der hat 1,5 Millionen Follower auf Instagram, auf TikTok bin ich nicht, wahrscheinlich hat er da noch mehr, also das ist ein recht bekannter Koch-Influencer und den sieht man nur um vorbeischwenken, ich glaube nicht mal scharf, so eine Sprechzeile mit seiner Frau Freundin führen. Also das habe ich gar nicht verstanden, warum sind die denn überhaupt da? Die werden doch Geld gekostet haben. Ja, oder aber sie nutzen das jetzt einfach als Werbeplattform. Ja, aber die erkennst du, die werden doch gar nicht inszeniert, also die erkennt man doch nicht richtig. Ja, aber ich sag mal so, wenn jetzt irgendwie bei diesem Zarella, ich kenne mich da halt nicht aus, aber wenn der jetzt irgendwie sagt bei Instagram oder TikTok, wo immer der aktiv ist, sagen Leute, jetzt am Donnerstag startet Trauzeugen am 14. September, ich bin drin, dann ist das ja schon. Aber hat er den Film nicht gesehen, also ist der zufrieden mit seiner Mini-Rolle, die werden doch. Ich weiß es, was ich wohl weiß, ich meine mich erinnern zu können, dass es letztes oder vorletztes Jahr im Herbst eine E-Mail rumging, die habe ich auch bekommen, wo halt eben gesagt wird, der Film wird gerade gedreht. Und es kann sein, dass sie da auch ein bisschen geguckt haben, ob sie da irgendwie Leute finden, die da vielleicht Bock drauf haben. Und ich gebe dir recht, der Film sieht stellenweise auch so aus, wir drehen einfach mal drauf los und am Ende schauen wir mal im Schnittraum, was können wir gebrauchen und was nicht. Und eine Sache noch, oh, da müssen wir auch drüber reden, die auch nicht gelungen ist und das ist wirklich so, wirklich das Genickbruch für jede romantische Komödie. Ich finde, dass die beiden Hauptdarsteller vereinzelt oder einzeln für sich echt gute Darstellerinnen sind, aber ich finde, die haben keine gute Chemie im Film. Hm, also du hast ja am Anfang schon diese Gegensätze angesprochen und das ist ja auch ein klassisches Motiv, dass man zwei scheinbar völlig gegensätzliche Personen hat und ob sie dann doch zusammenfinden und das fand ich schon, ich fand interessant und da kann ich vielleicht langsam zum Positiven auch rüberschwenken, denn für mich gab es auch Positives. Der Hauptdarsteller war eigentlich, sollte ja ein Arschloch sein, so ein bisschen halt Scheidungsanwalt, der auf Kosten anderer sich eben eine Karriere erarbeitet. Der war dabei aber irgendwie total lieb und positiv, so habe ich ihn aufgenommen und die andere, die Marie, sie ist ja Paartherapeutin und die wirkt für mich manchmal wie so ein Arschloch. Also ich, das fand ich ganz, ich weiß aber nicht, ob das absichtlich ist, dass die zwei Figuren ja eigentlich, eigentlich wollte er so ein bisschen der Arsch sein und das wirft sie ihm ja auch vor und sie ist so die verständnisvolle Vernünftige, beziehungsweise sollte sie sein, weil für mich, ich habe das komplett andersrum aufgefasst und ich vermute, dass es vielleicht nicht absichtlich war. Oder? Wäre cool, wenn? Ich glaube halt tatsächlich, was ihrer Rolle nicht zugute kommt, ist, bei ihm siehst du halt zumindest, wie er arbeitet. Zu Beginn sehen wir ja seine Welt, da wird uns ja er vor allem vorgestellt und sie wird ja einfach gesagt, hier ist Marie, die ist Paartherapeutin, aber du siehst es ja nie so richtig bei ihrer Arbeit. Ach doch, du hast doch schon ein paar Szenen da. Ja, aber das waren so Montagen, aber ich finde, dass du schon wesentlich mehr vom Jakobs Arbeitsalltag siehst, als von ihrem. Stimmt, es wechselt auch ein bisschen, es ist erst aus seiner Sicht erzählt und dann ist er plötzlich, wahrscheinlich verbündet man sich deswegen ein bisschen mehr mit ihm. Ja, aber dieser, natürlich kommt es zum Eklat, dass sie ihm vorwirft, er wäre nicht in touch mit seinen Emotionen und einem Arschloch und das Gefühl hatte ich bei ihm einfach nie. Ich hatte, es war auch dieses, ja, du arbeitest zu viel, wieso sollte der Mann nicht arbeiten dürfen? Ich habe das Problem auch gar nicht erkannt und dann kommt noch dazu, dass er auch gar nicht so viel arbeitet, sondern er, die sind ja gefühlt immer in Frankfurt an der Oder, was sechs Stunden weit weg ist, basteln da selbst, händisch schnitzen die die Stühle, auf denen die Gäste sitzen. Dafür ist dann Zeit, also ich habe dieses, auch diesen Konflikt, der war für mich gar nicht da, der war einfach nur so, ja, auf dem Papier steht, okay, dann kommt das Zerwürfnis, sie ist natürlich die Emotionale, muss ihm, den kalthärzigen Menschen, was vorwerfen und das war für mich überhaupt gar nicht da, also dieser, da war kein Fleisch dafür da. Also mir war er einfach zu drüber von seiner ganzen Charakteristik, also wenn er da zu Beginn halt sich, weil er erfolgreich vor Gericht war, da irgendwie hochtänzelt in den Kanzlei, das war mir einfach too much und sie war halt auch so ein, ja, so ein Abziehbild von so einer Paartherapeutin, weißt du, dieses, also nichts gegen Optimismus, ich meine, ich podcaste auch gerne mit dir, aber das war mir einfach dann auch wieder zu viel und es waren so zwei Extreme und wie gesagt, was ich lieb, das neckt sich, aber für mich hat das einfach nicht funktioniert und hat er dafür gesorgt, dass die Chemie bei mir nicht richtig angekommen ist. Also ich habe eher noch verstanden, warum er sie interessant fand, weil er wirkt, er wird ja eingeführt als jemand, der weiß immer, was er sagen soll, er kann noch dir das Wort im Mund rumdrehen und wie sie dann eingeführt wird und ihn so überrumpelt, das fand ich irgendwie im ersten Moment nachvollziehbar, also dass sie es wirklich schafft, ihn zu überrumpeln und er wird dadurch so ein bisschen überrascht und es wird ja angedeutet, dass er auch eine Trennungskind-Vergangenheit hat und dass sie damit ganz interessant umgeht, aber was sie von ihm hat, das war vielleicht nicht so gut, weil sie eben so ein, sie war irgendwie so gemein. Ja. Eine Sache, über die wir vielleicht noch ganz kurz reden können und dann können wir da auch zum Fazit kommen, wie ich finde, ist, der Film wurde ja beworben mit einem Trailer, in dem wir Kurt Krömer sehen. Stimmt. Kurt Krömer ist in dem Film drin, aber liebe Kurt Krömer-Fans, erwartet bitte nicht zu viel. Der Mann hat eine Szene, da muss ich sogar sagen, da habe ich ein bisschen geschmunzelt, das kam echt im Film selten vor, als ich geschmunzelt habe und zum anderen wirken seine restlichen Auftritte im Film, die übrigens immer daraus bestehen, dass er irgendwie mal kurz durch so einen Maschendrahtzaun guckt. Ja, aber wie guckt er? Er guckt irgendwie, als wäre er notgeil oder als würde irgendwas, das war ganz seltsam, ganz, ganz seltsam. Also, ähm, ist das nicht rausgebracht? Vielen Dank, Schlonger. Entschuldigung, er guckt durch einen Maschendrahtzaun? So war es unprofessionell. Oh nein, Entschuldigung. Ich muss mir echt überlegen, ob ich mit dir noch eine Hochzeit austrage. Du bist doch so kaltherzig hier. Oh nein. Okay, du meintest, liebe Kurt Krömer-Fans, die wenigen Sekunden, abgesehen von dem Moment, in dem du geschmunzelt hast. Ja, also, ich hab's wieder, dankeschön. Ich verzeihe dir. Nein, ich finde, dass die ganze Szene mit Kurt Krömer und wie gesagt, diese ganzen kleinen Szenen, die danach sind, wo halt eben creepy durch Maschendrahtzaun guckt. Du siehst, finde ich, das haben die in einem Tag gedreht. Dementsprechend erwartet bitte nicht, dass Kurt Krömer hier mehr zu tun hat, als ein, zwei Mal am Butterbrot zu beißen und irgendeinen Kommentar abzulassen. Das ist wirklich sehr wenig. So, jetzt darfst du. Das stimmt. Und seine Partnerin wird ja von Schirmchen gespielt, oder? Ist das die? Milena 30 heißt die gute Frau, glaube ich. Das ist doch Schirmchen, oder? Schirmchen? Aus Stromberg? Aus Stromberg? Genau, genau, genau. Ja. Okay. Genau, also es waren viele bekannte Gesichter dann auch da. Und da möchte ich auch eine Lanze brechen für die Schauspieler. Ich mochte die Schauspieler gerne. Für meine gar nicht so viel deutsche Filme und deutsche romantische Komödien Augen waren die Schauspieler recht unverbraucht. Ich hatte Spaß daran, denen zuzugucken. Ich fand die alle unterhaltsam. Ich mag auch die, die die Schwangere gespielt hat, die mag ich irgendwie total gerne. Ich mochte die Szenen mit ihr. Ich mochte auch die Szenen mit ihrem Mann dann. Ich mochte auch, wie die sich dann freuen, dass ihre besten Freunde vielleicht was haben. Das fand ich alles total süß und sympathisch. Da musste ich auch tatsächlich lachen. Also die Schauspieler haben mir eigentlich alle gut gefallen, muss ich sagen. Obwohl manche vielleicht nicht das Beste geschauspielert haben. Ich fand auch manche Dialoge richtig gut, während ich manche richtig beschissen fand. Also es waren manche Szenen dabei, wo ich dachte, boah, ich sehe hier richtig das Potenzial und wie gut der Film hätte sein können in einer anderen Dimension. Ich glaube, nach der Pressevorstellung hat eine andere Frau gesagt, sie wünscht sich ein Remake von diesem Film jetzt schon, weil sie glaubt, das wäre besser. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hiermit soweit durch ein Fazit fällen und ich als moderner Mann fange einfach mal an. Ich sage, das ist nichts gewesen. Das ist ein Film, der für mich absolut nicht funktioniert hat. Nicht, weil er vorhersehbar ist, nicht, weil er irgendwie kitschig ist oder weil ein paar Sachen keinen Sinn ergeben, sondern mein großes Problem ist halt einfach, der Film ist unglaublich öde inszeniert. Es ist ein Regie-Duo Finn Christoph Stroeks und Lena May oder May Graf, die übrigens das Drehbuch zu Sophia der Tod nicht geschrieben hat. Das ist halt hier erwähnt. Das ist ein Film, der hätte so viel besser sein können, wenn er inszenierungstechnisch nur wirklich ein bisschen mehr Raffinässe gezeigt hätte und hier vielleicht nochmal alle da draußen, die jetzt sagen, ja, Deutsche können keinen Komödie drehen. Guckt euch JGA an, der ist da ja komplett untergegangen, aber der war wirklich toll, der war super inszeniert, der ist saulustig, finde ich zumindest und bitte guckt euch den an und nicht trauzeugen. Das wäre meine Meinung, mein Fazit und natürlich schlucker, ich bin ja so, ich bin ja unglaublich nett, ich lasse dir jetzt auch die Bühne für ein Fazit. Oh, das ist so toll, dass ich auch mal was sagen darf. Danke dir. Also, ich sehe durchaus die Probleme an dem Film, ich habe jetzt auch sehr viel gemotzt und ich fand aber, dass es durchaus Szenen gab und Dinge, die mir an dem Film gefallen haben, die mich auch ein bisschen überrascht haben. Ich habe tatsächlich auch gelacht, weil ich einzelne Dialoge irgendwie mittendrin, wurden die hingeschmissen, die fand ich dann ganz witzig, aber es war wie so, du hast so einen leckeren Burger und so eine romantische Komödie ist ja Fast Food, das Fast Food der Filme fast und den haben sie dann aber zerschnitten und ein Stück dahin gelegt und eins dahin und auf dem einen dann war dann irgendwie ein Stück Fisch drauf und da war 5000 Soße Mayonnaise drüber. Also, es war was, was in kleinen Teilen irgendwie interessant war und gut hätte schmecken können, was mir auch teilweise gut geschmeckt hat, war dann einfach völlig willkürlich, zerschnitten, inhaltlich dargestellt, übertrieben. Deswegen, diesen Film muss man nicht sehen, aber ich finde, wenn man den streamen kann, dann könnte man mit dem durchaus auch seinen Spaß mit einem gemütlichen Freundenabend zu Hause haben. Ja, so würde ich das jetzt einfach mal stehen lassen. Gut, dann sage ich noch einmal, der Film startet am Donnerstag, den 14. September in den deutschen Kinos und Schlager, wir beide werden jetzt mal gucken, dass wir die Hochzeit ausgerichtet bekommen. Heldet euch bei uns. Was hältst du von einem gigantischen Eisherz, das nachher schmilzt und aussieht wie ein Hoden? Tolle Idee, oder? Witzig, ich musste lachen. Wunderbar. Sorry. Alles klar, gut. Dann, vielen Dank fürs Zuhören. Tele-Stammtisch, wisst ihr, es gibt überall, wo es Likes gibt. Ich sage Tschüss und Schlager, dir gebühlt das letzte Wort. Alles klar, ich darf am Ende noch meine Werbung hinten dranhängen. Schlager ist mein Künstlername, Johanna Baumann, Autorin. Ihr könnt von mir Bücher kaufen im Schlager-Shop.de oder guckt euch einfach alles umsonst an. Wer gibt schon Geld für irgendwas aus? Auf Schlager.de und wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir und die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.